Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. DB Regio fährt für bewegt. S1 nach Seebruck. Nächste Station, Feldberg-Bärental. Nächste Station, Feldberg-Bärental. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. S1 nach Seebruck. Nächste Station, Altglashütten-Falkau. Nächste Station, Altglashütten-Falkau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. S1 nach Seebruck. Nächste Station, AHA. Nächste Station, AHA. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. S1 nach Seebruck. Nächste Station, Schluchsee. Nächste Station, Schluchsee. Ausstieg in Fahrtrichtung links. S1 nach Seebruck. Nächste Station, Seebruck. Nächste Station, Seebruck. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. DB Regio fährt für bewegt. S1 nach Tittisee. Nächste Station, Tittisee. Nächste Station, Tittisee. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.